Design Thinking ist stark durch die Machermentalität im Silicon Valley geprägt. Dort hat man immer öfter den Satz, Design Thinking is the new MBA. Grundidee dieser Denkhaltung ist es, ausgehend von einem tiefgründigen Kundenverständnis ambitionierte Ziele für Innovationen zu setzen. Wo ein Wille, da ein Weg. Übertragen auf das Marketing heißt das, erstens, nicht planen, sondern machen. Get tangible. Weniger PowerPoint, weniger Projektmanagement, keine hundertseitigen Konzepte, sondern Prototypen und Muster, die echte Innovation und Gruppendynamik auslösen. Zweitens, never go hunting alone. Einzelkämpfer sind bei Marketinginnovation nicht gefragt. Nur im Team gelingen Durchbrüche. Insbesondere aus anderen Branchen kann man viel lernen. Ein Copyright auf Ideen gibt es nicht. Drittens, experimentieren. Wirkliches Ausprobieren ist der entscheidende Weg, um Lernprozesse zu beschleunigen. Ähnlich wie Amazon und Ebay immer hunderte von A-B-Tests gleichzeitig auf ihren Webseiten durchführen, so müssen Marketeers ihre Ideen einfach testen, testen und testen, um dadurch schneller als die Konkurrenz zu lernen.